Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Madly3000, das hier ist UFO Alien Invasion, Folge 102. So, Terrormission in China. Ich habe gerade die Ausrüstung gemacht und jetzt geht's los, Freunde. Aha. Afrika, ist wieder was los? Aber gut. Weiter. Na, 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 na. Was hat der Jäger vor? Lass mich in Ruhe, du. Oh. Die Basis wird angegriffen. Pff. Okay, ich riskiere es mal. Obwohl jetzt meine acht Leute da fehlen. Mach mal automatisch. So. Ach, das hat mir gerade noch gefehlt hier. Das musste jetzt noch sein, ja? Okay. Na, ist in Ordnung. Du kriegst ein Maschinengewehr. So. Rüstung. Und noch. So. Mad Kid. Du kriegst eine Aliengranate. So. Einen schweren Laser. Ohne Rüstung. Jawohl. So. Ich hoffe, da passiert jetzt nicht was. Ey, das wäre ja der Oberhammer. Jetzt habe ich euch gerade umbenannt. Und dann gleich sowas, ja? Oh je, oh je. Das wäre wirklich bitter, wenn da irgendwas passieren würde. Aber das sagt mir nur, ich muss unbedingt Rüstung bauen. Verflick's nochmal. Okay. Sturmgewehre. Ja. Ist in Ordnung. Du kriegst auch eine Schrotflinte. Zwei Magazine dazu. Na, Rüstung habe ich gar keine mehr. Das ist echt doof. Okay. Ja. Okay. Puh. Nichts Schlimmes passiert. Gerade nochmal gut gegangen. Hohoho. Oh je, oh je. Das hätte mir gerade noch gefehlt. So. Und jetzt mal den Einsatz starten hier. Puh. Da bin ich erleichtert, dass da keinem von euch was passiert ist. Aber die Basismissionen, wir hatten ja schon, glaube ich, zwei oder drei. Die sind ja sehr umfangreich. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Denn eigentlich, das hier soll jetzt die Hauptmission sein. Und los geht's. So, da sehen wir auch schon ein Schlingel. Das würde für zwei Schnellschüsse reichen. Mal hier hin, bitte. da ist eine Tür offen. Mal reinschauen. Okay. Okay. Keine bösen Überraschungen. So. Au. Gegner gesichtet. Cool. Da kann man sich vielleicht von hinten heranschleichen. Und den überraschen. So. Okay. Ich würde sagen, du gehst mal hier oben mit rum. Und unterstützt Envilexis. Ja, an die Namen muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. So. Hier haben wir noch Jumpman. Jumpman hat einen Raketenwerfer. Das ist sehr gut. Das hat ja bis jetzt immer prima funktioniert mit denen. Und hier haben wir noch den Anime Master Fan. Auch du gehst mal hier in die Richtung. Und die Hippos sind auch dabei. Okay. Alien sind dran. Der Tamane kommt direkt auf uns zu. Ich denke, das ist nicht schlimm. Da steht er schön auf freiem Feld. Da können wir ihn gut erwischen. So. Das werden die Zivilisten gewesen sein. So. Dann mal schauen. Weh Hofner. Mach ihn platt. Und noch mal. Ach komm. Das kannst du besser. Hier mal weiter. Noch ein Zivilist. Okay. Dann versuche ich ihn mal hier mit dem Granatwerfer hier fertig zu machen. Hm. Null Prozent. Ich mach's trotzdem. Okay. Hier mal ums Eck schauen, bitte. Ja. Und weiter. Ja. Ach, wisst ihr was? Da geh ich doch auf Nummer sicher. Und brenn dem noch mit einem Granatwerfer ein auf dem Pelz. So. Ha! Das war's aber noch nicht. Es sind noch mehr da. Ja. Schau mal nach hinten. Nicht, dass wir von dort irgendwie eine böse Überraschung erleben. So. So. Okay, das soll's schon wieder gewesen sein. Okay. Mal hier hinschauen. Nichts. Nachladen. Ja... Ja, ich denke mal, die bleiben hier noch ein bisschen stehen. Als Rückendeckung. Und dann sind die Aliens wieder dran. Zivilist. Okay. Warum rennen die eigentlich auf das Alienschiff zu? Ob das so schlau ist? Ja, wahrscheinlich werde ich wieder nicht drum hinkommen und in das Alienschiff eindringen müssen. Weil sie sich da wieder verstecken, die Halunken. Das sieht ja einigermaßen sauber aus hier. Ah, da ist die Zeit auch schon wieder rum. Okay. Das soll es erst mal gewesen sein. Geht gleich weiter. Ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss.